Um einen Apfel zu schneiden, lege ihn aufrecht auf ein Schneidebrett. Setze das Messer nicht ganz mittig an, um nicht durch das Kerngehäuse zu schneiden. Schneide nun das erste Viertel des Apfels ab. Arbeite dich so einmal um den Apfel herum, bis du vier Viertel hast. Solltest du kleinere Stücke bevorzugen, drittle deine Viertel jeweils oder schneide sie auf die gewünschte Größe. Untertitelung des ZDF, 2020